hallo da sind wir wieder beim guten alten dark souls 3 beim guten alt gebiet das auch dreckige katakomben heißt das gebiet ja beziehungsweise wir sind ja schon unter den katakomben sogar mittlerweile ist ja schon katakomben der hölle quasi ja genau die höllenkatakomben direkt in double schuss habe ich hier ja mache ich gleich eigentlich vor ich darunter in das feuer springen nehme ich auf jeden fall ein ja du springst jetzt nicht runter ins feuer oder dann wäre es ja schön blöd ja aber da ging doch noch da kommt man sich doch retten wohin denn da war ein weg eine treppe ja aber so richtig retten ja du mit vollem leben wirst ja gut aber wenn eine treppe ist kommen wir da auch anders hin auf jeden spring mal erst mal darüber jetzt ja aber dass ich muss da doch nicht rüber springen ich kann auch hier einfach im kreis laufen dann bin ich da ja bist du sicher ach nee ja siehst du so verbunden stimmt range folgt mir die eine ratte ja wenn ich den sprung schaffe war schon es sah wieder so eng aus wie beim letzten mal ich finde diesmal sieht es ein bisschen nicht ganz so quadratisch aus ich glaube da könnte man ja sehr schön packen das war echt am letzten fit ist doch ein grundgang und hier geht es wieder runter oder was zur riesenratte warte mit zu den fröschen ja zur riesenratte erst ja genau steht aber jetzt was machst du brauchst auf jeden fall volles leben wenn du dich da troppen lassen willst und du musst gucken in welche richtung du abhauen muss direkt und schleime sind da auch noch und nehmen wenigstens zieh den ring an der höhere feuerresistenz gibt der bringt übel nämlich den müssten wir auch haben ja wieso haben wir denn den noch an weiß auch nicht was ja klar könnten wir auf jeden fall einen anderen anziehen für den wo der ist ganz oben links glaube ich oder blutung an der schritt wir haben den noch nicht steht haben wir den irgendwo liegen lassen ja dann macht die pyromantie an oder trotzdem lieber irgendwie habe ich so das gefühl eher als den der rücken in die richtung drehen so ja ja genau da 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 oh gott ist viel zu krass springen ah ja ich wollte ich hab shit mit dem sprung hättest du es eventuell gepackt ja ein bisschen mehr feuerresistenz ja scheiße mann ich dachte du warst eben schon so nah dran ich dachte man packt dazu locker aber es ist auch es ist trotzdem knapp auf jeden fall aber man kann es packen komm 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 ich hab halt auch ordentlich fallschaden bekommen was ich nicht dachte aber ich meine ja das stimmt aber ich meine ach hast du okay warte mal dann mache ich es natürlich mal anders jetzt und jetzt jeden zauber sage ich ja jeden zauber kann man an irgendeiner position kann man den mal gebraucht ja und jetzt kommt da endlich zum einsatz der mit dem verringerten fallschaden ja so machen wir mal die waffe hier weg gegen den neutralisiert fallschaden einfach dann kann man ja überall runter springen wo man nicht direkt stirbt zumindest ja also so krass ist es glaube ich auch nicht neutralisiert einen teil des fallschadens hätten also vielleicht besser schreiben sollen aber es muss ja auch einen anderen weg dahin geben ist bestimmt noch eine unsichtbare wand oder so die wir noch nicht entdeckt haben das kann sein die wir jetzt vielleicht von der anderen seite entdecken das wäre cool auch nämlich scheiße ist es bitte das katzen symbol ist jetzt am start so falls es nicht packt der war voll schwer der sprung war auch so knapp geil spring am besten wieder zurück ja genau dann von daher so jetzt nämlich in die richtung hier in die in die ja so zauber ist anja ist ja okay ist anja jetzt war aber immer noch so knapp krass nur durch den gespenst zauber ja echt so und nein doch hier ist was neues okay königin voraus umso mehr hurra für verteidigt geil geil aber weißt du was auch ein bisschen bitter ist wir brauchen irgendwie diesen zauber guck mal hier sind noch zwei items man muss irgendwie das schaffen können entweder die lava versiegen zu lassen oder halt ein ring dass du auf feuer einfach laufen kannst ja die quäler kennen wir aus dem ersten teil genau guck mal man kann sich auch gegen die wände rollen dass da ist der das wäre sie gewesen nämlich ja einfach eine riesenwand er voll krass oh shit ich habe einfach nur gespenst ja genau jetzt drauf hey ratte am spieß aber krass ne die haben wir übersehen hier die riesenwand aber auch ohne ohne zeichen dran da ist die riesenratte ich dachte man kommt da hinten hin ja das sieht zumindest so aus ne aber kannst du glaube ich vergessen nochmal eine scheinbare wand oder das ist vielleicht eine ecke wo wir schon waren ja kann auch sein sieht aber nicht so aus ich habe noch nicht diese statue die ist ziemlich auffällig ne mhm hier nach links das ist ja wieder raus das ist aber ach so stimmt das ist eine von denen das ist die die wir gesehen ja das ist einfach nur die andere seite ok 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 ja hier sind wir auch noch nicht rein in den gang übrigens oder doch das ist der rattengang ah ja doch genau dachte schon der war auf der ganz anderen seite hier ist ja gerade den ja freigelegt ja 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 dann ne ja gut dann guck mal da ist sogar die quillana mhm quasi also die spinne davon ja geil okay dann lasse ich mich jetzt hier auf die riesenratte troppen oh shit oh shit oh god nein oh god die ratten töten mich alter sind das viele was wo kommen die denn her aber das war es hier kommen die frösche ne ja froschzeit so und jetzt können wir den anderen weg noch nehmen ne aber mal kurz einen kleinen zwischenstopp am leuchtfeuer am feuerbrand schreien ach schweiß schweiß vielleicht oh man wie trottel natürlich blitzschweiß ja feuerschweiß ja feuerschweiß wie dumm den müssen wir uns kaufen ja haben wir sogar einen oder ja wir haben einen aber den starken haben wir nicht gekauft wie dumm ey ganz vergessen hier erstmal gucken ob wir dem noch den philäer geben können ha 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 ein must be learned from the mistress but thank you for allowing me to appear upon such a thing if only i were a woman shit the mist den hast du auch schon probiert den hast du noch nicht naja der geht wenigstens genau der geht alles sehr schön so was haben wir hier jetzt noch dazu bekommen hier starke schwitzen das oben rüber kam dazu ganz links der erhöht die feuerschadensminderung blitzschweiß heißt das nämlich das brauchen wir auf jeden fall ne das nehme ich mal mit das hier kam dazu alter große chaos feuerkugel auf jeden fall kam die 12.000er feuerwand nicht auch dazu oh ja die kam auch dazu aber die nehmen beide oder willst du oder willst du die nicht nehmen ah das war dieser feuer genau dieser feuersturm den wir schon mal brauchten oder gebraucht hätten bei der diakone genau richtig geil einsetzen können und halt der chaos feuerkugel ist halt die quasi die feuerkugel in chaos die halt noch mal eine ecke krasser ist einfach nicht verbraucht auch zwei slots ist jetzt die frage sollen wir die beide mitnehmen sollen wir nur einen mitnehmen das ja ist auch neu glaube ich aber das können wir ähnlich benutzen die chaos feuerkugel braucht gar nichts keine attribute das hier auch nicht wird einen mitnehmen aber da die wieder zwei slots verbrauchen werden wir den eh nicht so oft einsetzen aber ja also dann den aoi eher ja ich weiß weil der andere ball ist ja auch nicht schlecht ne der wird ein bisschen mehr schaden machen denke ich mal der chaos feuerball ja beziehungsweise halt auch der hat halt auch eine andere schadens art dann ne naja ok das ist halt für manche ist dann gegen manches halt chaos schaden besser gegen manche der normale feuer der hat glaube ich so eine mischung aus beidem guck mal wie krass der ist guck mal 25 fp kostet der der kostet 15 ich glaube der macht an sich auch eine ecke mehr damage ja von mir aus dann haben wir den richtigen damage zauber keine ahnung ja ich weiß es auch nicht gerade verspringen also so hätten wir halt mal ein aoi zauber den man aber echt voll selten brauche oder außer bei dem boss fällt mir jetzt gerade nichts ein ja das stimmt ja gut dann nehmen wir den ja dann können wir später noch holen wenn wir mal brauchen und das hier könnten wir doch könnten wir einmal wieder ja weil das benutzen so oft könnten sogar zwei teuer jetzt aber guck mal was wir könnten mal noch diesen zauberstab von izalit wollen wir den natürlich ja upgraden würde ich fast machen eigentlich ja kann man bei dem denn kaufen ach das set okay sagt eigentlich die uhr du noch nicht schon nee nee wir haben ja eben pause gemacht stimmt ja wir haben noch zeit so den zauberstab upgraden beziehungsweise wir bräuchten zwei level auf stärke oder eins ne ach stimmt für den zauberstab ein level auf stärke bräuchten wir ja nur eins ja wir haben ja gut wir haben ja noch genug seelen für ein level ja soll ich das gerade geben und ja warum nicht oder was probieren wir es mal ist halt wie gesagt so ein chaos ne nicht nicht chaos sondern für so warte mal was sagt sie eigentlich jetzt ich habe seitdem ein großartiges über dich für ein ich bin ich bin auch ich bin auch ich bin auch ich kann dir meine schild ich höre, dass die kurde Intrusion die weg zum ebbs wenn ich mit Hilfe bin lasst mich auf mich die geist der münchen auf deinem reich Geste und vielleicht kann man sie als NPC bespüren, so wie es klang. Ah ne, guck mal, aber man hat das bekommen, die Geste. Ich wette, irgendwo, wo so eine Statue ist oder so von ihr, muss man dann diese Geste machen, denke ich mal. Vielleicht kann man auch die Geste machen und es scheint sofort ihr Symbol auf dem Boden. Das wäre cool. Ja, das wäre auch cool. Ah, guck mal, wir haben auch das noch. Ja, bla bla, die neuen Waren. Ah, okay, wir haben hiervon ein paar, könnten wir welche mitnehmen, falls du nochmal so krass vergiftet wirst oder ich. Mach erstmal das Level, ich glaube, das geht schon gar nicht mehr, glaube ich. Echt? Ja, aber wir haben so viele Seelen gefunden auch. Letzte war aber schon 17.000 irgendwas. Ja. Oh, geil, guck mal, man kann die ganze Rüstung von den Untotenligonen, auch von diesem Schwarzeisentypen. Mhm. Aber ansonsten, Ringe, nichts Tolles. Wollenjes Krone, aha. Das hat aber auch nichts Besonderes zu sein für uns. Die Talismane können wir ja eh vergessen eigentlich. Okay, nichts irgendwie von, was einen wirklich interessieren würde. Achso, ja, okay, dann machen wir kurz das Level und dann gucken wir nach dem Zauberstab. Mhm. Machen wir das. Doch, reicht. Guck mal, nur 14.000 brauchen wir. Benötigte sehen 14.000. So, Itzalit Stab. Jetzt halt echt die Frage, ne? Der Beschleuniger kanalisiert bei Zaubern den Glauben und erhöht die dunkle Zauberkraft. Mhm. Also anscheinend der Glaube bringt dann auch uns noch was. Steht ja auch, dass es mit C skaliert beim Glauben. Boah, wie lang der ist. Was ein langes Ding, ey. So, also. Aufrüsten bis. Alle klein. Bis es wehtut, ja. Oh, Funkeltitanin, krass. Oh, krass. So geht's schon los. Alter. Das ist natürlich krass. Das ist ein bisschen hart. Guck mal, der Buff-Zauber ist nicht wirklich, das macht nicht wirklich viel, ne? Mhm. Schon echt hart, ja. Hä, warum steht denn hier? Hä? Guck mal, wenn man den upgraden würde, Stab des Ketzers, kriegt man gar keinen Buff-Zauber. Das macht doch auch keinen Sinn, grad. Das ist komisch, ja. Nur weil wir den grad nicht anhaben, anscheinend, oder? Ah. Ich glaube, ehrlich gesagt, der Isalit-Stab bringt es uns nur, wenn wir auch Glaube gut geskillt hätten, weil der auch damit skaliert, ne? Mhm. Und er skaliert mit Glaube und der skaliert krass auf Intelligenz. Und er halt mit Glaube und Intelligenz. Wollen wir jetzt den Stab des Ketzers? Ne, auch nicht. Hä? Wieso bringt er uns denn plötzlich nicht mehr Buff-Zauber? Pretty. Checkst du das? Ne. Vielleicht erst, wenn ich den Zauber da drin hab? Ah. Das ist was? Kann ja aber auch nicht sein. Nee, ist einfach so. Ja. Komisch. Tja. Also ich glaub dann... bringt's uns der Isalit-Stab wahrscheinlich nicht so sehr, oder? Nee. Momentan zumindest nicht. Schade. Da haben wir die Stärke jetzt voll umsonst rausgehauen. Ja. Shit. Hoffentlich braucht der Stab, den wir vielleicht in Zukunft finden, auch Stärke. Ja. Ah. Stimmt. Das ist echt ärgerlich. Ich werd ihn trotzdem mal ausprobieren jetzt. Irgendwie, ich hab noch nicht so, das System noch nicht so ganz durchgeblickt mit diesem Ja, mal gucken, wie viel Schaden wir damit machen. Vielleicht machen wir doch mehr Schaden. Ach, den Blitzbär oder Blitz, wie hieß das nochmal? Diese Blitzsäule, ja, das kannst du vergessen. Ja, haben wir aufbekommen. Ich mein... Guck mal, wie viel wird das brauchen? 35. So, brauchen den Schweiß, ne? Einfach mal. 35 hast du gesehen? Ja, okay. So, Blitzschweiß ist drin. Und jetzt nehm ich mal noch für den hier. Ach ne, brauchen wir ja nicht. Ist egal. Grad. Einfach mal trotzdem den Izzalit-Stab noch mit reinnehmen. Für einen direkten Vergleich. Ah, shit. Da unten war er doch. Oh, so gefreut schon. Endlich mal ein neuer Stab, ey. Ich mein, man muss jetzt bedenken, natürlich, das muss man jetzt mit einrechnen, dass der hier jetzt gar nicht geupgradet ist, ne? Ja. Aber das Upgraden ist auch so teuer bei dem. Ja, genau. Aber trotzdem ist es halt Izzalit-Stab Nummer... Oh. Die ist auf die Kugel. Auf Stufe 1. Okay. Na ja. Ja. Nur 30 Schaden weniger, ne? Genau. Und er ist nur auf Stufe 1, wie gesagt, ne? Ja. Kann man schwierig sagen jetzt. Na ja, gut. Wenn der auch auf Stufe 4 ist wie der andere, macht der 100% mehr Schaden, oder? Ja, kann gut sein. Das kannst du mir fast nicht anders vorstellen. Oh, hat der eine Reichweite. Ja, beziehungsweise, wie gesagt, es kann gut sein, dass es halt skaliert mit Wunder, und Intelligenz, im Gegensatz zu dem, der halt nur mit Intelligenz, ne? Mhm. So müsste es eigentlich sein. Aber da wir eher so auf Intelligenz und Geschick gehen jetzt... Ja, vor allem jetzt das ganze Funkeltitanit dafür raushauen, hm. Ja, aber wir brauchen es für nichts anderes. Das Funkeltitanit... Wahrscheinlich, ja. ...brauchen wir wirklich für nichts anderes. Meinst du nicht, man findet vielleicht nochmal ein Schild oder so, was vielleicht auch Funkeltitanit braucht? Doch, eventuell ein Schild. Aber ich meine, bevor wir ein Schild upgraden... Ja, stimmt, da hast du recht. Oder? Ja, ich weiß nicht. Ich könnte es auch mal nachlesen. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Vielleicht... Sonst älgern wir uns echt noch zu Tode. Ey! Ey! Oh, hier ist ja auch noch ein Gang. Oder? Ja. Oh Gott, oh Gott. Warte, ob der neu ist. Ich glaube, da war ich, oder? Ja, kann sein. Ja, du hast die doch erschossen. Ah ne, hier ging es weiter auch. Und hier ging es. Ach, hier ist der Ritter. Ach, genau hier ist der Ritter. Ja, ja. Lass den noch. Jetzt ist es zu spät. Ich habe ihn schon erweckt. Ach so, wir wollten ja eh das mit dem Blitzschweiß machen. Ja, eben. Deswegen. Wir sind auch sonst fertig gekochtet. Das ist eigentlich hier. Naja, aber ich töte den jetzt. Oh, was das Schaden gemacht hat jetzt diesmal. Viel mehr als vorher. Nur weil wir die nochmal einmal abgegradet haben. Krass. Ich dachte auch nicht, dass der nochmal kommt. Ich dachte, ehrlich gesagt, das ist eine einmalige Sache mit dem. So. An der Ratte vorbei und ins Loch. Mit Blitzschweiß. Ach ne, musst du doch gar nicht. Kannst du auch bei den Ratten durch die versteckte Wand einfach. Ach ja, natürlich. Hier links. Hier links. Ja, ja. Und geradeaus. Aber dann muss ich die ganzen Ratten erledigen. Ja, es sind ja nur drei oder vier. Ja, ja. Geht schon. Ey. Kommt nicht so angesprungen. So, das war's schon. Oh, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So, dann testen wir mal. Hey, du musst auf jeden Fall, glaube ich, zwischendurch einen Trank nehmen. Im Trank. Yes. Das hast du. Guckst du dein Nebel. Noch einen Trank. Oh Gott, der hat mich... Der scheiß Schleim. Der Schleim war's. Der miese kleine Schleim, den man nicht mal sieht. Ja. Ja. Das ist eine miese Tour. Oh Mann, ey. Wir werden niemals aus diesem Gebiet rauskommen. Ich sag's dir. Doch, das ist doch jetzt das Letzte. Ich weiß. Es ist das Letzte. Und dann kommen wir endlich in das Schneedorf. Es ist trotzdem so krass. Wie ich das alles... Das habe ich alles nicht gemacht. Ich bin hier einfach durch. Ich hatte auch, glaube ich, einfach keinen Bock auf das Gebiet. Einfach. Und rechts. Nein, ihr dreckigen Ratten. Ich trete dir ins Gesicht. Ja. Dann wird der arme kleinen Ratte ins Gesicht getreten. Oh. Was ist da eigentlich? Nein, da ist die Riesenratte. Ach, da ist die Riesenratte, ne? Ja. Und die drei kleinen Ratten. Oh, die Seelen liegen sogar da in der Lava. Ja, wie krass. Wie gemein, ey. Oh, und ich brauche eine Glut, glaube ich. Sonst ist es viel zu krass. Ja, auf jeden Fall. Pass auf! Scheiße, Mann, ist das schwierig. Ja. Wie lange hält der Zauber wohl? Ja, lange genug. Renn. Wir haben sogar den Ring an, dass die Zauber länger halten. Noch ein. Und noch ein. Und. Nein, nimm, 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 nimm. Nimm das alte, verdammte Scheiße. Ja, ich hab die Geste. Scheiße. Ich hab X gedrückt und er hat die Geste gemacht. Oh, Mann. Das ist ja so zum Kotzen, ey. Weil ich den Pad dabei bewegt hab, Mann. Kann man das auch abstellen? Leider nicht, glaube ich. Aber allein, als du schon den Trank genommen hast, hab ich schon gedacht, warum? Wozu? Und dann so, auf einmal fängst du an zu winken, ey. Ich sag, ne. Scheiße, ey. Scheiße. Weil ich mein, selbst wenn du den Trank, wir hätten es nie wieder zurückgeschafft. Das ist einfach eine Kamikaze-Aktion. Ja, ist so. Ach, shit. Aber dann sind die Seelen weg, ne? Ja, ja. Aber das waren jetzt ja nur 5000. Wir waren ja glücklicherweise kurz vorher nochmal beim. Beim Feuerbrandschreien. Du musst recht. Ja, ich weiß. Oh, Mann, ey. War das scheiße jetzt. Dieses Gewinken. Hallo. Ich verbrenne. Ja. Ja, für alle, die nicht vielleicht verstehen. Was passiert ist. Also, wenn man hier bei dem Spiel X gedrückt hält und dann den Controller, oder halt kurz X drückt und dann den Controller in dem Moment in eine bestimmte Richtung bewegt, dann triggert man halt auch eine Geste. Und, äh, ja. Anstatt eben das Item aufzuheben, hab ich genau das gemacht. Achtung, Schleime. Ach, ein Talisman. Bringt uns gar nichts. Lag recht ist vielleicht auch noch ein Item? Ne, ne? Ne, ich glaub nicht. Ach, ne, das haben wir direkt. Ne. War's. Sagen wir einfach, das war's. Man hätte theoretisch auch, äh, sich da noch raus teleportieren können, glaub ich. Ja. Mit den Seelen. Aber, ey, die 5000 Seelen. Schreibst du mir aufs Konto. Äh. Schreibst du mir einfach aufs Konto, ja, Petitchu, ja, genau. Scheiße, ey. Okay, okay. Achso, ich muss dir das Pad geben. Ich brauche das Pad. Das Pad, ja, ist eh, jetzt, du kannst noch mal jetzt hier den letzten Gang checkern. Welchen letzten Gang? Wir haben noch sieben Minuten. Ja, jetzt geradeaus gehen halt. Es geht immer noch weiter hier, ne, das ist dir klar. Hä, nein. Doch. Nein. Doch. Wo denn? Ja, da, ich hab ja nur einmal gesagt, hey, lass doch noch mal in den Rattengang gehen. Und dann, seitdem sind wir die ganze Folge im Rattengang. Stimmt, ja. Ne, aber da war doch am Ende der schwarze Ritter in der verborgenen Wand und das war's. Ne, nein. Ne, okay. Es ging weiter und dann hast du gesagt, ja, okay, hast recht, ich dreh jetzt noch mal um. Und bist dann umgedreht. Also hier geradeaus? Jetzt hier links, ja, genau. Dieser Scheißgang hier. So, und jetzt hier links, genau. Da, und da hast du die schon erledigt, nach und nach. Und dann kamen immer mehr und dann hast du irgendwann aufgehört. Nein. Okay, du hast den Blitzschweiß nicht mehr, also nicht weggemacht. Pass auf, da ist noch einer von hinten. Ja. Ja, genau, hier hast du schon, da hast du schon nicht mehr weitergemacht, oder? Doch, den Raum habe ich noch gemacht, aber dann... Ja, genau, oder das kann sein, ja. Wie gesagt, und das eine Item fehlt uns auf jeden Fall noch. Das ist echt ein bisschen schade. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, hier sind krasse Zauberer-Items auch unterwegs. Da ist noch eine Treppe. Weißt du, das, wo du den Sprung nicht geschafft hast. Ja, okay. Und ich glaube nicht, dass man da überhaupt drüber springen kann, wie gesagt. Hier warst du auch noch. Ja. Ach. Dammit, ich sehe nichts. Da ist er. Und in fünf Minuten ist eh vorbei. Ja. Aber bis dahin können wir wenigstens hier nochmal anteasern, ob es hier noch weiter geht, oder ob wir endlich das Gebiet durch haben. Komm, eine war noch. Nach. Boah. Lässt er sich nochmal krass zerschnetzeln. Aber mit dem hättest du bestimmt auch diese krasse Pyromantie machen können. Ey, das ist ja so krass, wirklich. Was war da? Alter. Was steht da? Was steht auf dem Boden? Das habe ich schon geholt, das Item. Ach so. Irgendwie schließt sich der Kreis gerade. Nee, es ging auf jeden Fall noch weiter irgendwo. Ja, Moment. Da war noch eine Treppe. Aber jetzt würde ich gerne wissen. Hier hoch, ja. Ach, das ist ja die Treppe, die ich eben gesehen habe. Guck mal, das ist ein Feuer. Da waren wir aber schon. Oh nee, oder? Jetzt schließt sich wirklich der Kreis. Doch, genau. Das ist nämlich das zweite Feuer hier in dem Gebiet. Ernsthaft? Ja. Kann doch nicht sein. Doch. Ach so, klar, das zweite Feuer in dem Gebiet. Ja, und von hier geht es jetzt weiter. Ja, aber hier war ich ja gerade überall. Ja, genau. Hier warst du schon überall. In die andere Richtung. Da, wo der Gegner gerade eher kam. Klar, da geht es weiter. Natürlich. Aber da sind wir doch schon mal durch, oder? Nee. Ach stimmt, habe ich hier noch das letzte Mal das Feuer denn aktiviert? Genau, das hast du noch aktiviert und das war es. Und dann bist du zurück zu den Ratten. Oder bin ich jetzt gerade total verwirrt? Ja, das kann sich auch irren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es jetzt ist. Ob wir hier nicht schon mal waren oder nicht. Ja, es ist auf jeden Fall alles ein bisschen verwirrend gerade, aber... Sei es drum. So ist es halt manchmal in diesem Game. Einfach nur ein langer Gang. Voll gut, um sich zu orientieren. Nee, guck mal, hier waren wir schon. Hier ist wieder der Raum, wo der eine da so sitzt. Und hier sitzt noch einer. Und noch einer. Ja, oder? Also die Folge ist jetzt eh gleich vorbei. Ich schaue noch mal kurz in den Raum, ob da irgendwas... Hier ist noch ein Gang. Nee, das war der. Es macht mich total kirre alles. Gerade hier. Oh, da lag aber ein Item. Ja, das ist aber von dem Gegner, den du getötet hast. Mhm. Kleine Scherbe. Jo, ich laufe jetzt nochmal hier bis zum Ende. Aber irgendwie... Glaube ich... Das war es. Das war es. Ja, gut. Dawn. Warte, warte. Wir reizen noch die letzten Minuten aus. Guck mal, hier, man hört hier auch schon irgendwas. Ach ja, stimmt. Das war das, wo man was gehört hat. Irgendwas ist oben drüber. Ja. Oder hinter einer Wand. Stimmt, ja. Probier doch mal die Wände. Du kannst auch dagegen rollen. Hast du ja eben gesehen bei mir. Hört man das Vieh, wo hört man das Vieh denn am Laut? Guck mal, da ist... Ja. Da ist sogar... Da kannst du einbrechen. Ja. Der Raum fehlt uns noch. Irgendwie schon. Dammit. Ja, aber wie kommen wir da hin? Probier hier halt nochmal die Wände, meine ich. Ja. Hier rechts, die. Weil die hat es schon... Ne. Ne. Schade. Verdammt. Da ist auch noch so eine Zwischenebene, auf der man dann landet. Hm. Geht nur leider nirgendwo nach oben. Dann, ja gut, probieren wir noch einmal kurz den Sprung aus, oder... Aber wo war der denn? Oh Gott. Ja. Ach doch, ich weiß wieder, wo er war. Aber der war wieder vom anderen Feuer aus. Na ja gut, wir müssen eh Schluss machen, diese Folge. Ja, da ist vorbei. Ich kann nichts mehr machen. Ja. Genau. Oh, dann sage ich noch kurz Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö. Tschösen.